Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank. Vielen Dank für's Kommen. Es hat großen Spaß gemacht, uns allen, dass ihr heute dabei wart, dabei seid. Und sie lautet, bitte seid nicht traurig. Die Jungs können jetzt nicht noch zwei Stunden unterschreiben. Das klappt heute einfach nicht. Es gibt jetzt noch eine Schulung. Es gibt noch eine zweite Trainingseinheit. Sie müssen sich auch erholen zwischendurch. Aber sie kommen jetzt gleich, laufen ein bisschen an euch vorbei. Aber bitte seid nicht traurig, wenn ihr nicht von jedem Spieler ein Autogramm bekommen könnt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Danke, danke, dass ihr mit dabei seid. Und dann sehen wir uns, hoffentlich viele von euch, sehen wir dann am Sonntag gegen Mainz wieder. Danke fürs Kommen und niemals vergessen. Als ob jetzt los! Als ob jetzt los! Als ob jetzt los! Vielen Dank.